Musik Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Star Stable Online Pferdekauf Video. Ja, heute gibt es den zweiten Teil vom Pferdekauf Video. Und zwar, ich stehe schon beim Südhof oder auf Südhof. Keine Ahnung, jedenfalls beim Einsiedler. Und da werden wir heute nämlich einen Welsh Pony als erstes kaufen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann nach den zwei Pferdekäufen wieder. Ja, und sehen uns dann wieder. Musik Not in a straight line, that's not really her style. And they all got the same heartbeat. But hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible. And she's just in the background. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 2015 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 UDF für funk, 2017 UDF für funk, 2017 UDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 UDF 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 für funk, 2017 So, da bin ich wieder und zwar seht ihr hier links neben mir oder auch, wenn man es richtig rechts neben der Figur, ja gut, die zwei neuen Pferdchen und zwar Javel, Pearl und Dark Phantom. Ja, wie ihr es mitbekommen habt, für die beiden bin ich doch noch shoppen gegangen, wollte ich ja eigentlich nicht, habe ich dann allerdings doch noch erledigt und ja gut. Und ihr merkt es, ihr seht es bestimmt schon, manche, die wirklich darauf achten, genau, Partykiss hat ein neues Outfit. Denn jetzt, wo ich auch für die beiden shoppen war, dachte ich mir, ja gut, warum nicht auch mal für Partykiss ein neues Outfit holen. Ja, ich bin sehr froh mit den drei Pferden, muss ich sagen, weil, ja, da hinten steht in Royal. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, das ist halt so, wir sind so mir ans Herz schon gewachsen, obwohl ich die gerade mal so, ja, noch nicht so lange habe, aber sie sind mir schon direkt ans Herz gewachsen und sie sind echt meine Lieblinge. Im Moment ist Partykiss natürlich ganz, ganz seit vorne bei meinem Liebling, weil sie halt der Lipizzaner ist. Aber die anderen drei sind natürlich auch meine Lieblinge. Da sind Royal, Prince und ich glaube, ich habe noch ein Pferd, was Dark Phantom heißt. Ne, Danger Phantom heißt, glaube ich, mein Anfangspferd. Aber gut, ist ja auch egal. Ähm, ja, manche fragen sich jetzt bestimmt, warum hat sie ein weißes Welsh Pony gekauft? Ja, ich bin halt im Moment total der Weiß-Fan und, ja, ich hoffe, euch haben diese zwei Teile gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr, sehr freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!